hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge von super mario sunshine es geht weiter heute mit planer der soll in der letzten folge haben wir diese wunderbar nervige mission mit den wassermelonen gemacht heute haben wir vor hier die letzten sterne zu holen das beinhaltet einmal den münzstern und einmal die beiden zusatzsterne ich weiß jetzt ich habe wieder mal nachgeschaut wo die zusatzsterne sind das werde ich jetzt immer so machen weil ich keine lust habe zu suchen das sowas ist dann im let's play doch ein bisschen zu naja ihr wisst schon ein bisschen nervig also ein bisschen zeitraubend nennen wir es mal so so ich müsste auch noch blaue münzen sammeln ich habe auch nicht geschaut wie viel ich hier habe das machen wir gleich ich werde um es nämlich auch münzen das ist gar nicht so schlecht man könnte sich quasi von denen es hier wunderbar hochschmeißen lassen oder also ich muss auch die 100 münzen sammeln wenn man so auf die weiß ich mal ein paar münzen hat ich weiß nicht ob das klug ist bekommt man für die eigentlich Mario ja genau bekommt man denn für die eigentlich auch münzen war keine blaue gerade dabei ich habe schon heute blaue gesehen verdammt was ich eigentlich machen wollte ist hier mal drauf springen okay dafür gibt es auch münzen vielleicht macht es sogar sinn hier die münzen zu sammeln so für den roten gibt es nämlich im prinzip eine blaue münze alles könnte sein die ich schon habe ja sieht so aus ja ansonsten wie gesagt wie für die enten gibt es auch eine münze jedes mal ich weiß nicht ob ich damit wirklich sinnvoll auf die münzen komme aber wir werden mal schauen was ich eigentlich gerade machen wollte ist dass den den bonus stern ich könnte mich allerdings erst mal umschauen ob es noch irgendwie blaue münzen gibt ich habe nämlich noch nicht alle soviel steht fest da war also gerade keine ich habe gerade noch eine gesehen nein ist egal nee wir fangen jetzt erstmal an machen hier diese diese nee Mario da haben wir wieder der schlenker manchmal hat der treiber hat irgendwie Probleme manchmal macht das ist einfach so ein schlenker hier das die steuerung ich weiß nicht warum schnell schnell rutsch vorbei ah ah schneller Mario das war überhaupt nicht schnell so wir müssen wieder hier rein und jetzt heißt es hier drin wieder acht rote münzen in diesem wunderbaren level und das auf zeit und aber glücklicherweise mit wasserdüse so schauen wir mal ach die mucke ist schön ist immer toll samstagmorgen ist einfach so ein bisschen die schöne mucke hören so muss ich zurück ich habe ein kleines bisschen zeit nicht sehr viel ich glaube ich muss nicht zurück ja okay so weit so gut das müssen wir damals alles ohne düse machen das ist jetzt hier mit düse natürlich noch ein kleines bisschen leichter und okay was machst du du Mario nutzt du eventuell springen wenn ich das möchte ja okay da drüben ist eine so richtig fest da unten ist auch noch eine sollte ich das schaffen ich muss die letzte noch finden da hinten okay na das könnte ein bisschen was machst du das war wieder der schlenker von meine steuerung alter war das knapp jetzt muss ich aufpassen dass ich nicht runterfalle hier denn ich habe in dem sprung nach weg nach nach draußen ja okay abgefangen ja was mir gerade am meisten die schwierigkeiten bereit hat war mein eigener kontroller der macht ja gerne mal so ein schlecker nach links unten ich weiß nicht warum wird sich nicht ändern aber ich habe es bis jetzt damit geschafft ich werde es auch für den rest der zeit schaffen so gut wunderbar das war stern nummer 51 insigne der sonne nummer 51 und jetzt wollen wir uns natürlich noch die nächste hier holen den nächsten zusatzstern und danach geht es auch schon an den münzstern hier in pleia de sol und ja also ich habe es ja schon mal gesagt dass pleia de sol nicht so mein fall ist genauso wie wie ist das andere was ich schon fast was ich schon fertig habe was ich schon fertig habe genau parco fortuna das habe ich ja auch schon komplett gemacht und das ist auch nicht so toll aber die anderen der andere mag ich also wenn wir den es noch fertig haben hier pleia de sol dann haben wir es sowieso alles geschafft achso die blauen münzen und ja deswegen muss ich da auf jeden fall noch ein kleines bisschen schauen 17 stück laut meiner recherche die ich gerade getrieben habe muss es mindestens 28 münzen geben in dem level ich weiß nicht warum und ich weiß nicht wieso und wo ich die alle finden soll ich habe vorhin mal nachgeschaut ich werde es dann im nachhinein bestimmt auch noch nachholen die ganzen blauen münzen ich weiß nicht ob ich die jetzt sofort hole weil ich bin jetzt nicht ganz sicher wo ich die noch finde ich habe schon viele im wasser gefunden wir könnten uns allerdings auch noch mal so eine schöne so eine schöne düse nehmen so eine na ist so eine wie heißt denn die gleich na die raketendüse ist es nicht die andere ne die turbodüse so heißt die und könnten da an der stelle mal versuchen die blauen münzen noch einzusacken mal durchs meer zu düsen und mal zu schauen ob da noch irgendwas ist ansonsten habe ich jetzt erstmal eine ahnung beziehungsweise ich weiß genau wo ich jetzt den zweiten zusatzstern finde der blaue münzstern der wird dann am ende ein bisschen naja könnte ein bisschen nervig sein so irgendwo muss hier eine wurzel oder ist die eins weiter oben ne hier ist bloß die treppe oder na komm schon ich glaube so weit oben muss ich schon ne so weit oben muss ich nicht hier muss irgendwo noch so eine versteckte wurzel sein die hatte ich auch schon mal gesehen ja da genau so dann machen wir erstmal den kollegen hier bisschen platt so hier sieht man es schon und da muss man einfach drauf kommen also dieser stern der ist einfach nur mies Achtung jetzt kommt's da hey bleib unten ja das ist die jetzt extra insignia hier in diesem level die muss natürlich jetzt noch ganz hoch auf den berg warum auch nicht und ja dann hätten wir quasi alle sterne außer den Münzstern ich denke aber sowieso wenn ich den Aua wenn ich den Münzstern mache dann dann ist es eigentlich so ein bisschen mehr oder weniger automatisch mit drin dass ich noch ein paar blaue Münzen finde ich werde natürlich nicht alle finden äh ansonsten ja wie gesagt es könnte ein bisschen mehr sein hier wenn ich die jetzt nicht alle hier gleich mache ist das auch nicht so schlimm wenn ich dann ein paar blaue Münzen im nachhinein noch hole äh ist das in Ordnung denn ich muss irgendwann mal mich noch so richtig damit befassen und ein bisschen Recherche betreiben wo ich denn die ganzen restlichen blauen Münzen finde es ist nicht in jedem Level so leicht die alle auf einmal einzusacken und deswegen ja machen wir das im nachhinein würde ich sagen so aber ein paar ein paar würde ich jetzt mir schon gerne noch gönnen vor allem den Münzstern wie gesagt ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen ich würde es eigentlich gerne direkt im ersten Level machen ich weiß nicht ich habe keine Info gefunden wo das jetzt am besten wäre ich schaue mir das jetzt mal im ersten Level an weil schon wegen den 10 Münzen die es da hier extra gibt nur weil ich mich vor diesen Ententeilen hochwerfen lasse das ist schon mal keine schlechte Sache ne also 10 Münzen extra ansonsten gibt es ganz viele Münzen irgendwo anders zu holen hier an den Palmen zum Beispiel ach hier ist auch die Düse cool okay dann werden wir das vielleicht auch gleich mal benutzen und ein bisschen durch die Gegend düsen aber vorher möchte ich mal auf den Baum hoch und auf die Schaukel und so all das Schöne was man da so machen kann juhu so hier ist wieder die Grafik ein kleines bisschen verrutscht aber was solls so das wären die ersten 5 und jetzt nehme ich mal richtig Schwung bis ich gleich hochkomme oh das hat nicht funktioniert alles klar gut dann ist es nicht so wild oder? nö alles prima so also wieder auf die Bäume wir sind erstmal auf die Bäume da gibt es ein paar Münzen vielleicht gibt es hier auch noch die ein oder andere blaue Münze hey hey Mario du alter Sarg was war denn das für ein Mist? ja gut dann ist man halt mal abgestürzt vielleicht muss ich ja einfach mit einem gezielten Dreifachsprung oder so das ganze angehen da ist wirklich eine blaue Münze cool sehr nice zack sehr schön ja dann werde ich das in der Hoffnung dass ich hier noch ein paar blaue Münzen finde gleich miteinander kombinieren zumindest so teilweise Mario Mario so dann müssen wir noch die anderen Bäume abklappern kann ich ja abspringen? hey der ist einfach runtergefallen der Sack schon wieder meine Güte Mario so funktioniert das nicht wir müssen das nochmal erklären irgendwie so der Baum ist ein bisschen schmaler wuhuu ja ich seht schon da rutscht man auch mal runter ok ihr seht es ist alles ein bisschen holprig aber das macht nichts sollte auch reichen wunderbar ja damit hätten wir schon mal 17 Münzen ja das ist jetzt nicht der Hammer wenn ich da an andere Level denke wie gemütig das ist manchmal den Krams zu sammeln und hier ist es halt doch ein bisschen mehr Arbeit aber das schaffen wir schon ich bin da relativ optimistisch achso ich wollte nochmal mit der Düse rumdüsen ach das kommt das machen wir jetzt nochmal die blaue Düse können wir ja jederzeit wiederholen also die Flugdüse die Doppeldüse ne also ist das alles kein Stress und ich möchte nochmal durchs Meer sausen nochmal schauen ob es irgendwo blauen Münzen gibt so weiter nach da brauche ich wahrscheinlich eh nicht hey komm da bist du der Fisch der Böse hey du du kriegst mich nicht haha Loser haha ok so hier ist aber auch nichts mehr so wie es aussieht bisschen aufpassen ne also es sieht nicht so aus als hätte ich hier irgendwas vergessen hier war ich auch schon ein paar mal unterwegs so ist es ja nicht ne also kann ich doch hier hoch rennen ist ja voll geil au au hier sind Münzen aha das geht vielleicht sogar nur mit der Düse jetzt hier oder halt Mario die richtige Richtung wäre schon mal nicht schlecht zum Glück ist die Kamera überhaupt nicht bescheuert hier so oh da ist auch noch ne blaue sehr schön ja speichern wunderbar da haben wir ja schon wieder eine versteckte gesammelt irgendwann wird das mal von Interesse sein ok so mehr esse ich scheinbar nicht denke ich mal so jetzt können wir uns mal von den Enten noch hochballern lassen können von jeder einzelne Ente noch ne Münze holen wir müssen die auch nicht unbedingt besiegen dafür das reicht wenn wir einfach mal drauf springen werfen wir die in den Sand nachdem wir die in den Sand gestohlen haben ne so Nummer 2 ja das wird jetzt mal ein bisschen dauern aber wenn wir sie alle haben achso der hat keine stimmt ja der hat ja die blaue normalerweise zack ja ja das ist Arbeit in dem Level man hätte natürlich auch das Melonenfestival nehmen können hier als Level fürs Münzen sammeln weil da gibt es ja Melonen und die Melonen haben immer eine Münze in sich drin ne also wenn man die wenn man die kaputt macht gibt es jedes Mal eine Münze und ja das wäre vielleicht sogar besser gewesen aber ich versuche es jetzt einfach mal hier in der Hoffnung dass es auch reicht und wenn nicht dann werde ich weinen denn ich muss dann den ganzen Scheiß nochmal machen zumal solche Münzsamme-Missionen ja schon nochmal ganz schön dauern ne so ich hatte mir schon rot hat eh nichts drin ey du Sack der hat sich einfach gewehrt kann doch nicht sein sowas mein Wasser ist wieder leer was soll denn der Scheiß Junge gib mir Wasser dann bald nochmal irgendwie so Münzchen ja komm das passt schon das dauert alles ein bisschen aber das passt das kriegen wir zusammen hoffentlich also ich hoffe natürlich dass die trotzdem reichen das kann ja auch sein dass hier irgendwie eine dumme Situation zustande kommt wo dann plötzlich ich bei was weiß ich 94 Münzen nicht mehr weiter kommen weil ich keine mehr finde aber ich sehe ja hier und da schon so ein paar versteckte Münzen ne von daher wird das schon funktionieren so was ist denn hier eigentlich man kann auch immer in den Wurzeln drin gucken manchmal sind da ja so gebildet drin manchmal findet man auch Münzen also von daher immer schön probieren juhu so was ist hier so noch eine Münze gibt es nicht ne wenn man die schon mal gemacht hat bringt das nichts mehr hier ist auch noch mal eine die sind aber auch echt geizig hier mit den Münzen oder das ist doch das ist doch irre so geh mal her hier das Teil das ist jetzt die bessere Lösung also ich vermute durchaus könnte das diesmal ein bisschen länger dauern mit den Münzen sammeln also auch so dass ich zwei Folgen dafür brauche aber selbst das ja was soll es wenn wir es dann geschafft haben haben wir es geschafft ne so einmal nach oben bitte wow so das ganze nochmal bitte äh roter guck mal her da kommt der rote und schmeißt mich in die Höhe wow hey nochmal bitte ich treff die Münzen alter kannst du mich mal gerade hochwerfen komm mach du das bitte der rote ist unfähig jawoll danke sehr 42 Münzen die Antwort auf alles gerade mit den Münzen so also die Hälfte sollte auf jeden Fall überhaupt gar kein Problem sein alles weitere wird sich zeigen ei was ist das ein Stern wahr stimmig wie soll ich das Ding hinbekommen hä hab ich das schon mal gemacht oh offenbar nicht sehr schön blaue Münze hey nice damit müssten wir jetzt auch schon 20 in dem Level haben das sind aber nicht alle also wie ist alter die Steuerung ne ohne Mist nach der nach der Folge werde ich die Steuerung nochmal ganz kurz resetten das heißt ich werde mal abziehen und so alter komm komm geh weg hat der jetzt gleich noch gestorben nice man kann die also auch da rein ziehen wenn das schon steht das ist nicht schlecht so na gut ähm ich weiß nicht wie es auf den Bäumen aussieht aber vielleicht sollte ich da mal hochklettern da sind auch Früchte dran ne aber sonst sieht es nicht so aus als wäre hier irgendwas so hier bräuchten wir die Raketendüse erstmal das nützt mir grad nix so hier sind keine Enden weiter na vielleicht wäre es doch besser gewesen dieses letzte Level zu nehmen so die vier nehmen wir auch mit aber jetzt wird es dann schon etwas knapper ne Mario macht bitte keine Schlenker ich habe das schon 83 mal gesagt spart dir das einfach so irgendwo hier drüben müsste ich ahja das sind auch noch mal Münzen ich nehme jetzt die Raketendüse mit ne wie gesagt das sollte mir da ein bisschen helfen die gibt es ja nicht hä? müsste die nicht hier sein? habe ich irgendwas missfragen ach ne das ist da drüben ach Gott schon ich dachte schon aber 52 Münzen das heißt auch wieder neues Live neues One-Up bekommen das ist auch ganz gut denn ja ich neige ja dazu in diesem Level immer mal ein bisschen zu wenig Leben zu haben so da drüben ist schon mal eine Reihe von Münzen wuuhuu da würde ich jetzt gern hin oh Gott viel zu viel ne war ok ich bin zu tief gestürzt jaa soo ok ja ihr seht schon wir kommen voran oh ich kann auch hier drauf stehen das ist gut da oben sind noch ein paar einzelne 60 Münzen haben wir das klingt nicht schlecht jahuuu So, jetzt würde ich wieder die Flugdüse, oder? Ich weiß nicht so recht. Meistens komme ich mit der Flugdüse besser klar. Ich denke, ich hole mir wieder die Flugdüse. Wenn ich dann doch nochmal sehe, hier und da, ja, könnte ich die Raketendüse gebrauchen. Dann holen wir die uns einfach nochmal. Ist ja kein Stress, ist ja alles freigespielt. Von daher. Auf geht's. Yippie. So, darf ich überhaupt hier hoch oder gibt es die Pflanze hier gar nicht im ersten Level? Ups, was war denn das? Ach so, okay, da hat sich bloß was gespiegelt. Nicht schlecht. Na gut, wir kommen aber auch ohne die Pflanze hier hoch, denn man kann ja hier den Landsprung machen. Na, das sah doch gar nicht schlecht aus. Das war ein bisschen verirrwirt, aber naja. Na komm schon. Alter Mario, würdest du vielleicht mal jetzt... Ach so, ich bin völlig daneben. Auf das Seil springen, wollte ich gerade sagen. So, noch eine Münze. Wir könnten uns hier auch mal ein bisschen umschauen. Okay, es gibt quasi keine Münzen mehr hier. Ah, das ist vielleicht wirklich nicht das beste Level gewesen. Das wäre jetzt richtig ärgerlich, ne? Nee, das sieht nicht so aus. Also ich vermute jetzt fast, das war eine scheiß Entscheidung. Wie komme ich jetzt hier noch an? 40 Münzen. Ist halt auch nicht wenig, ne? Ist halt nicht so, dass du sagst, ja, die holen wir schon irgendwie. Nee, nee, also 40 Münzen. Wahrscheinlich auch die Vögel abballern. Es gibt ja eigentlich auch noch irgendwo anders ein paar Münzen. Was passiert, wenn ich... Geh mal da runter jetzt. Wenn ich die Vögel abballer. Ah, die sind weggeflogen. Alles klar. Eine blaue? Okay. Also, das sind Dinge, auf die muss man erst mal kommen. Gibt es noch mehr von diesen wunderbaren Vögelchen? Ich sehe trotzdem so ein kleines bisschen schwarz jetzt hier. Was sind die? Also von hier kann ich nicht vernünftig draufballern. Die muss ich vom Boden abballern, die Vögelchen. Vögelchen, komm her, gib mir tausend Münzen, bitte. Na, immerhin. Den hätten wir. Ei, 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 das kann ja was werden. 64. Es fehlen immer noch so viele. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man die Vögel abballert, auch was bekommt. Möglicherweise gibt es da ja ein paar Münzen extra. So ein paar mehr sogar. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe nichts gesehen. Jetzt verschwinden die Münzen bestimmt, weil ich nicht gesehen habe, wo ich hingespritzt habe mit dem Ding. Ach man, bleib doch mal hier. Ein paar Münzen sehe ich schon noch, aber das ist nicht so ganz perfekt. Verreckt doch mal ein blödes Teil. Da hinten ist auch noch ein blauer. Okay, eine einzelne. Oh Gott, das ist viel zu wenig. Wie komme ich hier bitte an so viele Münzen noch ran? Vor allem, ich werde es jetzt weiter probieren und werde dann irgendwann merken, jawohl, das hat nicht gereicht. Und werde dann alles normal machen dürfen, selbst diese blöden Vögel hier. Das könnte problematisch werden. Das war nicht meine Absicht. Alter, Mario, mach Eier. Komm. Eui, 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 eui. Ich sehe ja schwarz. Also, die blaue Münze von dem einen Vogel möchte ich mir auf jeden Fall noch holen. Alter, Mario. Ja, die habe ich wenigstens mal noch, das ist nicht schlecht. Aber kommen die Vögel hier unendlich wieder? Kann man hier immer neue Münzen holen? Weil so wäre es dann kein Stress, ne? Wenn ich jetzt immer wieder einen neuen Vogel bekomme, ein paar neue Vögel bekomme. Na kommt, ihr kleinen Biest. Ich würde jetzt auch mal sagen, ich werde dann vielleicht in der Folge von YouTube auch mal einen Cut machen. Einfach, weil hier nicht wirklich viel bei rumkommt. Und, ja, das vielleicht doch ein bisschen langweilig ist, wenn ich hier alle 20 Sekunden mal eine Münze bekomme. Oh, da drüben ist noch was. Ich habe noch was gesehen. Sehr schön. Ist zwar auch nicht sehr viel, aber es ist zumindest noch eine blaue Münze dabei. Japp. Ui, ui, ui. Oh, das sind noch mal 10 Münzen. Das sieht gut aus. Könnte das tatsächlich was werden? Okay, hoch da. Sehr gut. Wie hoch muss ich? Ah ja, da drüben noch. Und dann muss ich hier langsam runtergleiten, oder was? Ich sehe noch mal 10 Münzen extra, die ich nicht eingeplant habe. Oh Gott, oh Gott. Höhe bitte. Ah, ja, 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 ja. Nein! Scheiße. Ach, Mist. Mein Wasser war auch leer. Ach, jetzt darf ich alles nochmal machen. Na gut, ist nicht so wild. Ich habe einen Lichtblick. Ich habe 15 Münzen gesehen. Das heißt, ich müsste da nochmal 15 weitere sammeln. Dann hätte ich es. Ja. Könnte eventuell tatsächlich reichen. Wäre schön. Ja, wie gesagt, es wird einen Cut geben. Ich mache das jetzt hier in einer Folge. Oder? Oder ich beende jetzt hier die Folge. Ja, können wir machen. So, wir beenden jetzt hier die Folge. Ich schneide jetzt mal nicht dran rum. Ihr könnt es ja einfach skippen, wenn euch das zu viel wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf der Endcard vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen auf der Endcard von Super Mario Sunshine. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video bewertet. Oder mir ein Abo dalasst für meinen Kanal. Außerdem habt ihr hier noch die Möglichkeit, eins der anderen beiden Videos anzuklicken, die euch hier verlinkt sind. Und ja, damit würde ich schon sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.